Hallo Freunde, heute stelle ich euch einen Squad-Bilder vor und wir machen ein türkisches Team aus reinen Silberspielern. Ja, das hat ja nicht so richtig Auswahl, das Team, denn es gibt relativ wenig türkische Spieler, die gut sind. Und ich habe hier mal die besten rausgesammelt. Viele spielen bei Galatasaray, so wie der Stürmer hier zum Beispiel. Hier ist einer, der spielt in der Barclays Premier League, ah ne, in der Championship League bei Blackburn. Dann haben wir hier einen offensiven Mittelfeldspieler von Werder Bremen. Im defensiven Bereich haben wir einen aus der Barclays Premier League, linkes Mittelfeld, wieder ein Galatasaray-Spieler und genauso auf dem rechten. Dann kommt die Verteidigung, Galatasaray, dann hier von Bayer 04. Im Tor haben wir hier einen aus der Belgischen Liga und dann haben wir hier noch jemand von 1860 München und noch einen Galatasaray-Spieler. Aber das ganze Team kostet ungefähr 38.000 Coins. Hier seht ihr die Preise für die einzelnen Konsolen in etwa. Und hier sind die Durchschnittswerte. Ich denke, mit dem Team wird man ganz ordentlich spielen können, gerade hier vorne. Die sind nicht die langsamsten, sind auch nicht die schnellsten. Ist alles so mittelprächtig, sag ich mal. Aber für ein silbernes Team ist das schon ganz ordentlich. Und wenn ihr mal eine Challenge habt im Ultimate Team mit Silberspielern, dann kann man mit dem Team hier getrost antreten, denke ich. Gut Freunde, das war's für heute von mir. Ich sage tschüss und bis bald. Ich sage tschüss und bis bald.